Das ist irgendwie Quatsch, Maik. Und außerdem, guck mal um. Meinst du, das Ding ist, wir fangen falsch an. Das Auto muss fertig werden. Wenn wir im April nämlich das Auto nicht fertig haben, dann haben wir auch nicht zu filmen. Deswegen. Ich finde, das ist Blödsinn. Jetzt komm mal da raus. Oh, oh, oh. Das war cool. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich versuche mal aufzuziehen, was wir noch gefunden haben. Das und das ist das Auto. Das ist auch im Arsch. Und wir hätten eigentlich schon vorgestern fertig sein sollen mit einem. Scheiße. Wie immer. Wirthoikum. Wirthoumen. Wirtho Komm wieder rein, wir filmen das jetzt. Nein, ich hab auch keinen Bock mehr gemacht. Damit. Warum fährst du mich denn jetzt hoch? Was? Warum fährst du mich denn jetzt hoch? Ich hör dich nicht. Ich arbeite gerade. Ja, ich auch. Siehst du doch, mit der Kamera hier. Ja, mit der Kamera. Komm, hier. So, mit Händen. Ja, tu ich doch. Nein, nein. Händen, komm raus. Ja, geht nicht mehr. Letzte Chance, Mike. Komm rein. Bitte, deine Entscheidung. Bis zum nächsten Mal.